Hey Caro, was hältst du von Flow? Bin der Meinung, du hast nicht viel über diesen Coin berichtet. Liebe Grüße aus Hamburg. Da hast du vollkommen recht. Ich habe es mir auch noch nie tiefgründig angeguckt. Nur überblickt fand das Projekt nicht schlecht, aber mir viel zu oberflächlich angeguckt, als dass ich zu viel darüber erzählen kann. Das wird dem Projekt einfach nicht gerecht. Sowohl Flow als auch Near. Beides Projekte, wo ich sage, man, da will ich unbedingt mal reingucken, aber ich finde einfach keine Zeit. Ich finde einfach keine Zeit, aber nächste Zeit werde ich versuchen, hier Near-Protokoll mir näher anzugucken und Flow auch. Denn ich bin der Meinung, das, was ich bis jetzt gesehen habe, sind das beides auch Projekte, die Zukunft haben. Wenn 2046 das letzte Bitcoin-Having stattgefunden hat, werden dann die zukünftigen Burans kleiner ausfallen oder sogar komplett wegfallen? Also ich glaube sowieso, unabhängig von Bitcoin-Having, unabhängig davon, was Bitcoin machen wird, ich glaube 2026, um den Dreh herum, werden wir eine ganz, aber eine komplett andere Landscape haben, was Kryptos angeht und was die Anwendung angeht vor allem. Weil ich glaube, in den nächsten zwei bis drei Jahren werden wir einen extrem starken, anwendungsgetriebenen Kryptomarkt haben. Und ich denke mal, wir werden sehr viele große, starke Projekte sehen, die sich von Bitcoin entkoppeln werden. Und ja, diese ganzen Burans, die werden dann eine andere Dynamik annehmen, sagen wir es mal so. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn Ethereum, wenn XRP, wenn XLM, wenn Polygon, wenn Polkadot, all diese großen Projekte jetzt, ich muss jetzt nicht alle erwähnen, also die legit großen Projekte, wenn die alle, diese Flut von Anwendungen bekommen werden, wenn Milliarden über Billionen von Dollar abgewickelt werden, der Market Cap stark durch die Decke geht, ist es schwer vorzustellen, dass diese Projekte, diese extrem starken Bullruns und Bärenmärkte mitmachen werden. Ich glaube, die werden wesentlich stabiler im Wert sein und sich dann langfristig viel stabiler halten als jetzt. In jeder unserer Videobeschreibung unten findet ihr einen Link zu Bitwavo. Meldet euch an und ihr bekommt 10 Euro und die ersten 1000 getradeten Euros sind über unseren Link gebührenfrei.